Hallo, hallo und herzlich Willkommen zu Dead by Daylight mit einem Level 4er, einem 37er, einem 1er und noch nem 1er. Der Jake, der White Fro oder so, der muss weg. Der muss weg. Der Rest ist mir egal. 1, 1, 4, ja, ok. Der ist gar nicht genau geguckt, der Rang, der war auch relativ schon hier richtig, ne? Ja, aber der 37er war das ja, der muss weg. Der Rest ist mir egal. Nachher sind, ist der 37er tot und der Rest ist weg. Ich mich so sehr auf den Jake konzentriere. Aber alles, was ich, was mir vor der Flinte läuft, erstmal schön aufhängen. Ja, aber irgendwas ist da los. Irgendeiner von denen hat keine sehr gute Bindung. Nein, das wollte ich nicht. Nein, ich wollte es nicht. Nein, alter. Wie weit froh ist derjenige, der hier so viel... Wie weit froh ist derjenige, der hier so viel... ... ARD Text im Auftrag von Funk Häh! Ja, unstaffed. Ich konzentriere mich zu sehr auf den. Wolltest du in den Schrank? Kann das sein, dass die irgendwie zusammenarbeiten? Ach, die ist hier durch. Okay. Wann läufst du denn meine Süße? Okay. 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 vorher setzen sollen. Also das ist wirklich gerade keine gute Runde, das tut mir leid. Ich hoffe, die wird noch ein bisschen besser, aber... Okay, hier ist keiner am rumjaulen. Habe ich da nicht gerade irgendwas im Gras... ...Büschel gehört? Naja. Ich höre hier irgendwo was. Ah! 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 Setzten wir dich hier hin, hier haben wir direkt ne Falle drunter. Ja. So, jetzt nochmal zurück zu der süßen. Wo hingen die denn hier hinten irgendwo, oder? Da hinten. Es ist schön, dass die Haken nochmal angezeigt werden in einer anderen Farbe. Und wenn man das richtig mitkriegt. Ja. Me? Wie war das, wenn man alles haben will und nichts kriegt, ne? So eine Folge hatten wir schon mal, ne? Der kommt zurück und rettet die. Nee. Macht er noch ein paar Generatoren? Ach, er ist wirklich rausgelaufen. Och, schade. Ja, das hätten wir ein bisschen kürzer machen können, oder? Naja. Ja, trotzdem, wenn die sind zwei gekriegt. Naja, die ist noch selten dämlich angestellt, irgendwie. Ja, selten dämlich. Ich wollte eigentlich nur Punkte farm, Leute. Punkte farm nennt man da. Selten dämlich anstellen, gibt's nicht. Das ist Punkte farm erstmal. Ja, 15.000, ich hab immer noch die meisten Punkte von allen, ja? Also... Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Oh je, wie ne. Tschüss.